so herzlich willkommen zu den lightning talks ja doch recht viele erschienen und im ersten lightning talk geht es um das heißeste was es gerade im und aus dem internet gibt stimmt nicht ganz weil fehlt noch ein stückchen um das cyber forum kein neues band wo unten noch forum dran steht hat auch nichts mit dem cybern von gestern abend zu tun sondern es geht eigentlich um das cyber forum und für die gut vorbereiteten es ist der e.v. in karlsruhe und nicht das programmierer und sys admin bulletin board was in russland unter gleichem namen läuft das cyber forum e.v. wurde 1997 gegründet in karlsruhe als public private partnerschaft und das ist ungefähr zehn jahre nachdem william gibson sein buch neuromancer herausgebracht hat oder begriff cyberspace quasi das erste mal wirklich auftauchte und damals 97 war cyber immer noch die abkürzung für cyberspace und war total angesagt und wurde noch nicht auf absperrbänder und aufkleber gedruckt wer das buch nicht kennt unbedingt lesen gründungsmitglied war übrigens der friedrich georg köpfner genau der vom bier und das ging dann auch ganz schnell sehr steil erfolgreich los 2000 schon die ersten 500 mitglieder 2004 gab es den ersten cyber champion award also es gibt noch mehr mit cyber es gab die cyber forum service gmbh weil der betrieb einfach viel größer wurde das cyber lab entstand das cyber lab ist so eine art akcelerator inkubator mit einer aber deutlich größerem und breiterem angebot als wie man das heute so kennt und bis zum tag heute sind aus diesem cyber lab ungefähr 199 arbeitsplätze schon daraus entstanden 2015 wurde dann eine geschäftsstelle in baden baden eröffnet und 2016 ende des jahres waren es über 16.000 teilnehmer die im gesamten jahr auf verschiedensten veranstaltungen des cyber forum anwesend waren da teilgenommen haben und stand heute sind wir 1085 mitglieder die ersten werden sich jetzt fragen warum erzählt er das alles und wer ist das mein name ist marcus hennig ich engagiere mich ehrenamtlich im vorstand des cyber forum e.v und ich bin überzeugt durch die lokalität vom entropia und vom cyber forum dass es eine schnittmenge gibt zwischen beiden vereinen was die interessen und die angebote angeht der entropia mit seiner gulasch programmier nacht ist ein wichtiger standort faktor wie das so schön heißt für karlsruhe mit einer großen anziehungskraft ob man das jetzt hier will oder auch nicht und ich glaube dass ein ganz einfacher austausch zwischen beiden vereinen sehr befruchtend sein kann und kann mir auch durchaus vorstellen dass unter den besuchern der gpn es einige gibt für die das angebot des cyber forums durchaus interessant ist und die das große auditorium scheint ja dafür zu sprechen erstmal ein grundsätzlicher blick auf die beiden vereine und da bietet sich ja an in die satzung zu gucken das heißt wie definieren sie sich selber was ist das selbstverständnis und da sehen wir schon quasi links cyber forum rechts entropia dass der zweck des vereins ziemlich ähnlich formuliert ist und auf gar keinen fall eine disjunkte menge bildet sondern es da durchaus überlagungen gibt wenn auch der anspruch des entropia deutlich weitergefasst ist wenn wir das mal hervorheben und was es geht ist es eigentlich bildung und aufklärung und ist der eigentliche auftrag der beiden vereine und wieder jetzt erfüllt werden soll das wird dann beschrieben wie dieser satzungszweck verwirklicht wird und da wird es eigentlich interessant wenn wir da reingucken das ist ziemlich länglich und es ist jetzt eine eins zu eins kopie aus dem was beide vereine als ihre satzung ausgeben und ich habe das bloß ein bisschen gekürzt was in klammern stand damit es alles hier drauf passt und man soll sich auch nicht ablecken lassen davon dass das beim cyber forum quasi in einem langen satz formuliert ist den ich immer auseinander gezogen habe und dass das in der entropia e.v deutlich breiter und strukturierter aufgeführt hat und auch hier einfach mal kurz in die gemeinsamkeiten reingucken und da sehen wir auch wieder bildungs erfahrungsaustausch die volks- und berufsbildung haben wir eben schon zwei folien weiter vorne gesehen beim cyber forum da stehen sie sogar im zweck des vereins mit drin explizit erwähnt und forschung bildung kann man noch mal explizit erwähnt also die schnittmenge ist genau auf diesem gebiet aber was man jetzt auch sehr schön so verzieht ist wo die unterschiede sind die unterschiede sind in dem für wen es ist und was eigentlich gemacht wird und das für wen ist klar die audienz die potenziellen mitglieder die angesprochen werden sollen sind schon sehr unterschiedlich beim entropia e.v kann man ganz einfach sagen alle und jeder sollen angesprochen werden mit den zielen des vereins beim cyber forum ist man da schon sehr sehr speziell und pick da genau nur eine ganz spezifische submenge heraus nämlich die ein unternehmen in der hightech branche gründen wollen oder das schon gar gemacht haben die sollen angesprochen werden und hightech branche ist jetzt so ein sehr schwammiger begriff und wer schon selber einmal den definieren musste oder wollte wird feststellen dass es gar nicht so einfach wie soll man jetzt umfassen für wen man ein angebot macht wenn man sich klar an fünf punkten machen kann deswegen hightech und so als beispiel sei ja noch mal erwähnt gibt auch firmen die machen zum beispiel numerische simulationsverfahren für werkstoffe für werkstoffe in pharmazeutischen produkten das ist auch hightech das ist nicht so richtig it und es ist nicht so richtig nur software aber es auf alle fälle hightech das heißt der rahmen ist da sehr weit gefasst und dann kommt was nämlich wo gibt es die unterstützung was wird angeboten was ist der auftrag und da ist hier in der meta beim cyber forum ganz klar es ist eben nicht das hightech um was es geht sondern es ist das ringsrum nämlich alles was so nicht unbedingt die kernkompetenzen eines neu gegründeten unternehmen sind so alles was so fragen sind mit unternehmensentwicklung und aufsetzen und legale fragen und finanzen und steuern und so weiter das ist ja nicht das was man quasi als idee für ein unternehmen mitbringt sondern da hat man ja eine andere kaum kompetenz und da stellt sich das cyber forum hin und sagt da wollen wir unterstützen nach da wollen wir angebote aufstellen da sind wir für ansprechpartner und um eins mal beispielsweise rauszusuchen um klar zu machen um was es da geht und einen punkt aufzuzeigen hier ein angebot die gründer beratung ein aushängeschild mehr oder weniger des cyber forums und kostenlose beratung in 2016 haben das 295 gründer wahrgenommen also das ist quasi mehr wie eine beratung pro arbeitstag im jahr und wenn hier im auditorium jemand mit den gedanken spielt sich selbstständig zu machen oder wenn der jemanden kennt der jemanden kennt der das machen will dann wäre das genau der richtige tipp guck mal auf die webseite von denen da gibt es bestimmt jemanden der euch helfen kann und ablaufen tut das ungefähr so dass da ein paar leute sitzen beim cyber forum und die stellen fragen und lassen sich erst mal genau erklären was ist denn die idee und hinterfragen dass vor allen dingen eben auf die bereiche die nicht die kann kompetenz sind das hightech nämlich was ist denn die geschäftsidee wie soll denn das geld verdient werden wie soll so eine firma aussehen gibt es denn schon einen plan mit welchen zahlen ist so ein plan gefüllt ist denn genügend geld da und wird das ganze auch funktionieren kann man irgendwo geld beschaffen es gibt unendlich viele förderprogramme und die meisten die von solchen förderprogrammen profitieren sie die großen firmen weil die haben eine eigene abteilung dafür die sich nur mit förderprogramm beschäftigen und da sitzen die experten und die wissen wo es die gibt und wie man einen antrag ausfüllen muss und an wen man den schicken muss und die fristen und so weiter als kleines unternehmen und sogar wenn man erst ein start-up ist ein anfänger hat man da quasi null chance ranzukommen auch da kann das cyber forum helfen und kann dann erklären was gibt es so für fördermöglichkeiten was gibt es für möglichkeiten subventionen zu bekommen und die sind da ziemlich reichhaltig die es da gibt die möglichkeiten und außerdem zusätzlich noch dazu natürlich eine menge kontakte kontakte im sinne von mitgliedern mitgliedsunternehmen aus dem cyber forum die einem weiterhelfen können mit know how mit risikokapital mit beratung als ansprechpartner vielleicht ist etwas ähnliches schon mal gemacht haben schon mal zwei schritte weiter sind oder wo man irgendwie aus fehlschlägen lernen kann indem man einfach die erfahrung mitnimmt das quasi so als grob abriss um das cyber forum hier einmal vorgestellt zu haben ich will noch kurz hinweisen morgen abend gibt es im medienteater 21 uhr ein vorschlag da geht er quasi hier ein stückchen weiter da stellt der niklas engelhardt vor wie er ein start-up gegründet hat das wird bestimmt auch sehr interessant ich kenne selber nicht und wie er mit zwei kollegen ein unternehmen aufgebaut hat was heute 70 mitarbeiter groß ist alle die das selbst mal vorhaben für die seite hinweis gestellt beim cyber forum gibt es antworten wenn jetzt hier noch fragen aus dem auditorium sind dann kann ich die gerne sofort hier beantworten ansonsten bin ich auch noch ein weichen auf der gpn und bedanke mich schon mal für die aufmerksamkeit keiner genau nachher da dann darf der nächster sein lightning tor kalten eigentlich nur hdmi genau einmal hier bitte na na da kommt es ja willkommen ich bin der glück du bist der einig heinrich heinrich genau wir haben uns also wir sind vom schnottergang in neuss wir machen so ein jährliches event das goa so ein outdoor hacken an einem tag unter auf den rheinwiesen und da brauchen wir natürlich auch chunk und vor am besten slushy chunk jetzt ist das problem das problem haben wir nicht so viel strom so eine slushy maschine hat nicht so viel durchsatz ähm und da haben wir uns einfach mal gedacht was können wir denn da besser machen ähm ein normaler mixer war so das was wir in den vorherigen jahren immer gemacht haben sieht spektakulär aus wie das ganze dampft und rumspritzt und macht eine große saurerei kommen aber nur so zwei bis drei becher raus und der mixer erfriert ähm deswegen da musste was besseres her so die alternativen sind ja echtes slushy maschine kostet aber einen arsch für euer geld braucht viel strom braucht auch lange zeit und ist langweilig dann was könnte man so kleineres machen einfach ein fass farbrühe trockeneis rein ja muss aber jemand die ganze zeit da rühren und braucht auch viel strom und den haben wir da nicht ähm ähm also haben wir noch ein bisschen weiter gesucht und dann haben wir den ebert 65l gefunden er hat eine ausgibfunktion mischt den schunk schweiß frei ist einfach zu reinigen voll gut und er lässt sich mit spiegeln bekleben ähm ja in der äh konstruktion das einfach ähm betonwischer bisschen holz kreuz rein damit man da das fass draufsetzen kann das was auch nicht wegrutscht ähm dann das bietet dann auch ein bisschen platz für den led ring äh ist als spritzwasser geschützt ähm im fass selber haben wir auch noch so ein paar mischarme reingesetzt dass dann alles schön durchgemischt wird ähm und oben so einen kleinen dichtungsring damit das fass nicht rausrutscht genau der heinrich führt das mal grad vor ähm und so sieht das ganze dann aus in aktion das ist noch vom diesjährigen rohr da ist noch der led ring noch nicht drin ähm ja und so drei bis fünf kilogramm trockeneis später sieht man dann so schön so wie die ersten brocken entstehen wie das so eine apfelmusartige konsistenz kriegt und dann kann man das auch äh schon fast abfüllen jetzt optisch es ist noch nicht hundertprozentig alles da es gibt auch noch ein paar belastende sachen der motor wird noch zu warm ist ein ziemlich ist äh also ist halt günstig ähm ähm uns fehlt noch ein bisschen sensorik wie zum beispiel ist der boden schon gefroren ähm so temperatursensoren wollen wir noch einbauen ähm das rührweg ist auch noch geht noch nicht ganz bis zum boden was wahrscheinlich auch ein problem ist dass am boden sogar ein großer eins klumpen entsteht und ähm er ist noch nicht für wlan steuerbar es geht halt auch äh äh gestern haben wir bereits schon eine weitere runde gemacht wie vielleicht einige mitgekriegt haben ähm ähm draußen vor der ähm äh auf der wiese wo sind sie davor auf dem dem platz ähm ähm und ja man muss man muss sich zeit lassen beim kühlen auch also acht neun liter äh machen wir meistens damit also mit 20 liter fass äh äh braucht halt schon eine weile auch mit trockeneis direkt kühlung ähm ähm trockeneis nuggets sind tatsächlich nicht so ganz so geil äh weil man einfach nicht mehr genau weiß wie viel hat man denn jetzt schon reingetan das sind die platten einfach dann weiß man eine platte zwei platten drei platten drin und dann ist erstmal fertig und die kohlensäure die sollte man vorher rausnehmen weil sonst schäumt das halt über ähm ja und wir äh sind öfter jetzt wahrscheinlich öfter mit äh diesem ding äh auf den chaos events unterwegs wo uns äh und wir kann uns auf twitter kann man es erreichen oder per mail ähm ja das war's frage frage ja äh äh heute abend die entropie hat dankenswerterweise trockeneis besorgt sie So, Servus. Ich habe den Vortrag blöderweise auf Englisch vorbereitet, aber ich schaue mal, ob ich ihn einfach spontan auf Deutsch halten kann. Sollte ja klappen mit der Muttersprache, ne? Also, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, dem das aufgefallen ist. Wahrscheinlich nicht. Die ganze Welt redet davon, dass alle Coden lernen müssen. Ich mache das mal auf Vollbild. So. Kann ich auch per Hand blättern. Wenn ich hier stehe, verstehe ich mich auch mal, oder? Okay. Ich hasse es, in der Bull zu stehen. Okay, danke. Also, es gibt zahlreiche Academies, um Coden zu lernen. Es gibt, also ich wohne zurzeit in Berlin. Das ist im Moment das Riesenthema. Alle wollen Coden lernen. Es gibt NGOs, die einem das Coden beibringen. Und dann tut man auch gleich was Gutes. Und in den Schulen bringen sie den Kindern das Coden bei. Und sogar unser alter Freund hier, Bill Gates, sagt, unsere Kinder sollten doch wirklich coden können. Und ich gebe ihm auch vollkommen recht, zumindest zur Hälfte, aber mich stört ein Wort. Ich sage, nern nicht das Coden. Und ich will kurz eine Analogie benutzen, um zu erklären, warum es mich so sehr stört. Wer hat Fahrradfahren auf sowas gelernt? Okay. Wer hat Fahrradfahren auf sowas gelernt? Tatsächlich, okay. Wer hat Kinder, die sowas haben? Ja. Irgendwie, wann hat das angefangen? Vor zehn Jahren oder sowas, 15 Jahren? Plötzlich waren die überall, diese Laufräder. Mich hat es doch sehr gewundert, warum plötzlich alle mit dem Laufrad durch die Gegend fahren und nicht mehr mit unseren guten alten Stützrädern, wie wir damals. Aber dann habe ich ein bisschen nachgeforscht. Und tatsächlich ist es viel einfacher, mit dem Fahrrad zu lernen, als mit Stützrädern. Ich weiß noch, als ich das erste Mal auf meine Stützräder abkam, das war ein Tag, den ich jahrelang, wahrscheinlich war es tagelang, vorher gesehen habe und mich darauf gefreut habe. Dann waren die Stützräder ab und ich konnte nicht Fahrrad fahren. Ich bin die ganze Zeit wieder umgefallen. Das hat mich so sehr genervt. Aber ich war schon damals frustrationstolerant und einen Tag später mit ziemlich vielen Schrammen und blauen Flecken habe ich es dann tatsächlich geschafft. Aber es war ziemlich nervig. Und wenn wir jetzt daran denken, was ist wirklich der Unterschied, dann ist es doch wirklich nur das. Es sind die Pedale, es ist das Zahnrad, die sind einfach nicht mehr da. Und dann denkt man sich, dann ist es doch kein Fahrrad mehr. Aber tatsächlich lernt man ja auf dem Fahrrad mit Stützrädern gar nicht Fahrrad fahren, sondern nur Dreirad fahren. Man lernt die wichtigen Dinge, die essentiellen, die Konzepte, die man eigentlich zum Fahrradfahren braucht, die lernt man gar nicht. Was ist das? Gleichgewicht halten und Kurven machen. Das ist das Wichtige. Das sind Pedale treten, das ist doch eigentlich, das braucht man nur, um schneller zu sein. Das braucht man nicht wirklich zum Fahrrad fahren. Also kann man auf sie verzichten. Und nicht nur wird es einfacher, sondern man kommt auch noch schneller vorwärts und man kann es viel jüngeren Kindern geben. Ich finde das super. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich so ein Kind mit dem kleinen Laufrad durch die Gegend fahren sehe. So ein zweijähriger, dreijähriger, unglaublich. Und ich denke mir so, wow, das hätte ich damals. Ich war viel älter. Sauerei. Naja, und für mich ist Code, sind die Pedale. Für mich ist der Code beim Programmieren etwas, was einem schneller macht, was einem hilft, was einem mehr Effizienz gibt, aber nicht wirklich das, worum es geht. Nicht wirklich das Essentielle. Es ist für mich eine, ich nenne es accidental complication, also eine unnötige Verkomplizierung der ganzen Sache. Und als ich darüber angefangen habe nachzudenken, sind mir noch viele andere Verkomplizierungen aufgefallen. Nämlich zum Beispiel Syntax und diese elenden Faserfehler, die einem die ganze Zeit nerven. Und die braucht es ja nicht wirklich. Es gibt viele Sprachen, die blockbasiert sind. Hat jemand Lego-Mindstorms mal programmiert? Ja, da gibt es keine Syntax. Oder auf Scratch, weg in Scratch. Okay, da gibt es auch keine Syntax. E-Toys, diese ganzen blockbasierten Programmiersprachen. Und wenn es keine Syntax mehr gibt, gibt es auch keine Faserfehler mehr. Sau praktisch, braucht auch kein Mensch. Dann Deployment. Wie fies ist das? Du hast deine erste Web-App geschrieben, aber keiner kann sie sehen. Weil jetzt musst du erstmal lernen, wie du das Ding online bringst. Und vier, fünf Wochen später, oder naja, Tage im Idealfall, funktioniert das endlich. Aber eigentlich ist es doch unnötig, oder? Brauchen wir auch keinen. Dann gibt es noch Restarting. Dieses Ganze, ja, ich schreibe ein kompliziertes Programm. Irgendwo funktioniert was nicht. Ich muss es wieder neu starten. Ich muss es immer wieder neu starten, immer wieder meinen alten Zustand herstellen, damit ich es richtig debuggen kann. Man kann das verhindern. Zum Beispiel Smalltalk hat Live-Objects, also lebende Objekte, die man debuggen kann und den Code von denen ändern kann, während sie laufen. Man muss es nicht neu starten. Das ist unnötig. Das braucht man nicht. Was habe ich noch? Genau. External Docs. Ich liebe es ja. Die meisten Programmierer heutzutage, die schaffen gar nicht mehr, ohne Internetverbindung zu programmieren, oder? Ohne fünf Minuten auf Stack Overflow irgendwie eine Nachricht zu googeln. Wer kann auch offline programmieren? Ja, wir sollten stolz, wir werden immer weniger, also wir sollten die Tradition fortwähren. Ich finde, es ist immer so ein bisschen eine Schande, wenn eine Programmiersprache einen dazu zwingt, externe Dokumentation nachzuschauen, selbst wenn es die Dokumentation der Sprache ist selber. Ich finde, wenn wir eine Programmierumgebung haben, dann können wir in die Programmierumgebung doch die Dokumentation reinbauen und dafür sorgen, dass uns die Sprache dabei hilft, zu verstehen, womit wir hier reden und welche Kommandos wir benutzen können und was die tun. Wieso brauchen wir dazu noch externe, tote, statische Dokumentationen, wo man da nicht mal Code ausführen kann? Brauchen wir doch nicht. Dann Dependency Management. Will jetzt gar nicht so drüber reden, aber ist eklig. Und natürlich Versionskontrolle. Get this your friend? Ah, Versionskontrolle habe ich gekillt, sorry. Hielt ich nicht mehr für notwendig. Aber wer jemals, also wer sich noch erinnern kann, als wir noch keine Versionskontrollsysteme hatten, da haben wir alles per Hand gemacht. Da haben wir Version 0.1 und dann fast fertig und das ist diesmal die echte finale Version. und ich habe einen Juristenkumpel, der macht das immer noch so mit seinen Verträgen und mit seinen Aufsätzen. Der nennt es dann V1, V2, jetzt fertig, jetzt wirklich fertig. Okay, jetzt nicht mehr anfassen, das ist die finale Version. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann gibt es natürlich die ganze Manipulation, wenn wir Software schreiben, wir schieben immer nur Code durch die Gegend. Die Objekte, die wir benutzen, selbst die Fenster, die wir verschieben, wir können die nicht wirklich anfassen. Wir können nur Zahlen verändern meistens. Das heißt, wir haben irgendwelche aufwendigen Tools. Aber die meiste Manipulation ist ja indirekt. Also das sind so die Sachen, ich habe da noch viel mehr gefunden, aber das sind so die wichtigsten, die mich irgendwie stören beim Programmieren und ich denke mir, das ist irgendwie alles Code. Das sind alles nicht wirklich wichtige Dinge, auf die wir eigentlich verzichten können. Deswegen sage ich, lern nicht zu coden, sondern man sollte den Leuten beibringen oder ich möchte lieber den Kindern beibringen, Software zu erstellen, miteinander zu teilen, zu verstehen, zu manipulieren, aber ohne Code. Ich will noch kurz, ich glaube, wir haben noch Zeit genug auf das Warum. Eigentlich sollte man immer mit dem Warum anfangen, aber warum eigentlich? Warum ist das so wichtig? Naja, kein geringer Grund als die Erleuchtung oder auch die wissenschaftliche Revolution genannt. Wann war das? 1800 irgendwas? 1700 irgendwas? sowas? Ich meine, also das ist, es ist nie so einfach, aber ich meine, ohne Alphabetismus, ohne Literacy, hätte es nie eine wissenschaftliche Revolution gegeben. Und wie wir sehen, ist auch zufällig, geht die, also das ist der Analphabetismus in England, der zufällig fängt, der um die 1500 an runter zu gehen und bis 1900 ist das schon ziemlich echt gering. Aber das ist genau dieser Zeitraum, genau dieser Zeitraum, also im 18. Jahrhundert, als die wissenschaftliche Revolution so richtig an Schwung gewann. Und warum hat sich die Literacy so vergrößert? Weil es immer mehr Bücher gab und immer mehr Grund zu lesen und zu schreiben. Wenn wir uns anschauen, hier, das ist die Anzahl der Bücher, auch von 1740 bis 1870, auch wieder England, ich habe irgendwie nur Statistiken aus England gefunden. Aber das ist, plötzlich gab es viele, viele, viele Bücher. Warum gab es plötzlich so viele Bücher, weil sie so billig wurden zu drucken? Wenn wir hier, das ist der Preis der Bücher, auch wieder von 1460 bis 1758, also ungefähr der gleiche Zeitraum, plötzlich wurde es viel günstiger, Bücher zu drucken. Und warum? Na gut, wissen wir alle, lieber Herr Gutenberg hat die Druckerpresse erfunden und plötzlich war es viel günstiger. Wir haben ihm wirklich viel zu danken. Wie können wir das wiederholen? Das würde ich gerne, das gleiche würde ich gerne mit Computern machen. Also ich würde Computer gerne als Medium benutzen für Gedanken, nicht nur als Werkzeuge, um seine LEDs zum Leuchten zu bringen. Das ist auch ein Ausdruck. Ich finde gerade bei solchen Veranstaltungen wie hier, wir sehen, das ist doch kein Werkzeug, das ist ein Ausdruck, das ist ein künstlerischer Ausdruck. Das ist nicht etwas, das Ziel ist, also wenn du nur Slash machen willst, dann geht es auch einfacher. Aber das ist, um sich auszudrücken. Also ein Code ist da auch wichtig. Ich sehe Computer so. Warum waren überhaupt die Bücher so teuer? Software ist wegen diesen Leuten, den Scribes, also den Mönchen, die haben die Bücher alle per Hand geschrieben. Das ist natürlich sau teuer. Und wieso ist Software so teuer? Wegen diesen Leuten. Die Software wird genauso von einer geringen Anzahl von professionellen Softwareentwicklern geschrieben, wie im 14. 15. Jahrhundert Bücher von professionellen, wenigen professionellen Bücherschreibern geschrieben wurde. Das heißt, wenn wir Softwarebeleger machen wollen, dann müssen wir auf die Scribes, auf die Schreiber verzichten. Wir müssen quasi die Pedale loswerden. Wir müssen die Mechaniken krass vereinfachen. Das ist gut, und da ich war, vor allem die Vervielfältigung, nicht das Erblichen von Text. Okay, also es war mehr die Vervielfältigung und die Vervielfältigung von Software sowieso schon umsonst. Aber die Analogie ist nicht perfekt, ich gebe es zu. Aber wenn man sich darum vorstellt, okay, es geht um Produktionskosten. Wenn man darauf geht und nicht, was ist ein Buch zu produzieren, ist es tatsächlich zu drucken. Aber um Software zu produzieren, ist eigentlich mehr, sie das erste Mal zu schreiben. Also tatsächlich ist die Analogie, die hängt da. Aber ich denke, sie ist, wenn man sich darauf beschränkt, dass man sagt, das sind Produktionskosten, um die es geht, funktioniert es. Keine Ahnung, vielleicht funktioniert sie nicht, aber ich denke, ich mag auch die Fahrradanalogie eigentlich viel lieber. Ich denke, wenn wir es schaffen, die Pedale loszuwerden von unseren Software-Autorenprogrammen, also von den Software-Entwicklungsumgebungen, und es schaffen, so ein Laufrad zu bauen, mit dem es viel einfacher ist, Software zu lernen und seine eigene Software zu schreiben, dann können wir die Kosten von Software enorm runterdrücken und wirklich demokratisieren. Wenn jeder Software schreiben kann, weil es so günstig ist, weil es keine Jahre braucht an Training, sondern weil es ein paar Wochen oder weil man es in der Schule lernt und es sowieso jeder kann, irgendwie sowas in der Richtung. Und ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig, aber ich denke, wenn wir so ein Laufrad haben für Software, dann haben wir günstigere Software und dann werden wir sehr viel mehr Software haben. Einige denken jetzt, oh mein Gott, noch mehr Software, das ist jetzt schon zu viel. Aber ich denke, da ist noch viel Platz nach oben. Und was wir dann haben könnten, ist sowas wie Software Literacy. Also die Fähigkeit, sich fließend auszudrücken und fließend Ideen zu tauschen und zu verstehen in diesem Medium von Software. Und wer weiß, was das uns bringt, aber ich denke vielleicht sowas wie das nächste Enlightenment, ist der nächste große Sprung in der kollaborativen Intelligenz der Menschheit. Und wenn die Pedale cold sind, wie sieht dann so ein Laufrad aus? Und ich habe keine Ahnung. Das sind nur ein paar Gedanken, die ich mir gemacht habe und ich dachte, vielleicht findet sich hier jemand, der irgendwie sich auch schon mal darüber Gedanken gemacht hat oder sich denkt, ah ja, Syntax hasse ich genauso. Oder dieses blöde Stack Overflow. Wieso sind wir davon abhängig? Oder sowas. Also das heißt, das ist quasi ein Projekt, woran ich zurzeit arbeite. Das ist so mein Hackprojekt, was ich hier mitgebracht habe. Ich bin da echt noch ziemlich am Anfang und ich habe keine Ahnung, wie es wirklich aussieht. Ich habe ein paar Ideen, ich habe ein paar Prototypen, mit denen ich gerne rumspiele. Und genau, also wenn jemand sagt, okay, das klingt cool, dann bitte red mit mir, ich bin der Typ im gelben T-Shirt. Außerdem findet ihr mich im Web unter ertens.org und ich merke gerade, es ist ja erst Punkt, ich dachte, ich sollte jetzt schon fertig sein, aber eigentlich sind wir jetzt eine Viertelstunde zu früh. Das heißt, wir haben noch Zeit für Fragen, wenn es jemand hat. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören schon mal. Hat noch jemand irgendwas, einen Kommentar, wo die Analogie sonst noch fehlschlägt zum Beispiel? Okay, dann, ich hoffe, ah ja, hier. Das ist ein genereller Kommentar. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass Software nicht in dem Vakuum existiert, sondern man hat halt schon was und man will das dann auf dieser Basis zum Laufen bringen. Und dann kommt man halt in diese ganze Komplexität rein, die du da aufgeführt hast. Wenn man es völlig neu bei Null anfangen würde, könnte man sicher einfach das einfacher machen. Also ich meine, dass Software immer im existierenden System sich einbetten muss und mit den existierenden Systemen reden muss und da kommt der Großteil der Komplexität her. Ich denke auf jeden Fall und deswegen konzentriere ich mich auch zur Zeit an diese grüne, grüne Wiese von Menschen, die noch nie was von einem Computer angefasst haben und das erste Mal quasi eine Programmiersprache lernen wollen und die haben dieses Problem tatsächlich nicht. Aber ja, das ist etwas, was ich auch denke, dass das einen Großteil der Komplexität ausmacht. Ah, das ist noch was, ja. Ich glaube, die Adaption auf die mutalen Verhältnisse, egal ob es jetzt bei Software schon da ist oder bei dem ganz speziell ist, das ist heute, glaube ich, das, was unbedingt es greift, wenn es sich verdeutlicht hat. Wir haben das Adaptieren von bei Software, die schon da ist oder auch bei einem spezifischen Problem. Ich glaube, das Problem ist doch immer anders, das ist das, aber das ist das bei diesem Platz. Ich glaube, da können wir viele... Jetzt ist es gut. Also das Kommentar ist das einfach... Ich versuche es mal zu interpretieren, ja, in meinem Modell. Das heißt, Software ist natürlich nicht nur schwer zu schreiben, weil die Tools schwierig sind, die wir haben, sondern auch, weil es eine intrinsische Komplexität hat meistens. Probleme sind schwierig. Es gibt schwierige Probleme, die sind schwierig zu lösen, egal mit welchen Werkzeugen. Geht das so ein bisschen in die Richtung? Okay. Okay. Okay, also die Adaption von existierenden Problemen, das ist ein großer Komplexitäts... Ja. Genau, stell dir vor, das könnte jeder für sich selber machen. Stell dir vor, Google würde dir einfach nur sozusagen ein, hey, so glauben wir, dass dein Problem zu lösen ist und du sagst, ah, schon 90% Google, aber ich mache meine 10% selber. und plötzlich würde dein E-Mail so funktionieren, wie du es willst und nicht wie Google es will. Das wäre doch mal was, oder? Ich meine, wir sind, meistens von uns können wir wahrscheinlich programmieren und wir sind daran gewohnt, dass man, wenn etwas nicht ganz funktioniert und deswegen mögen wir auch Open Source so gerne, dass wir es dann anpassen und uns genauso machen, wie wir es haben wollen. Aber der Großteil der Menschheit kann das nicht. Der hat keine Ahnung. Der hat keinen Zugriff auf die Sachen, ne? Okay, sonst noch irgendwas? Tausend Dank nochmal und schön, ach so, oh. Hört man mich? Sorry. Hört man mich damit auch? Okay, gut. Ich denke, dass die Herausforderung, der Grund, warum viele Leute sagen, dass man programmieren lernen sollte, nicht der ist, um damit konkret Probleme zu lösen, sondern dass der eigentliche Gedanke dahinter ist, die Probleme, die man hat, zu abstrahieren und dann zu verstehen, wo das Problem tatsächlich ist und dass es darum geht und deswegen man mit irgendwo damit anfängt und dass man darauf mehr eingehen sollte. Ja, wir sind exakt deiner Meinung. Vielen Dank. Okay. Okay. Können wir kurz defragmentieren? Da hinten sitzen so Leute, vielleicht wollen ein paar davon auf den Stuhl? Nicht? Oh. Okay. Schade. Hätte ja sein können. Also es ist immer schön für Fluchtwege und so, wenn nicht so viele Leute an Eingängen rumsitzen, aber ihr müsst nicht. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es sind ein paar Leute aus der Orga. Sie werden mir ins Wort fallen, wenn ich etwas Falsches erzähle. Jetzt haben wir ein Bild. Folie 1. Es geht um das ZTQ. Das steht für das Zeltlager für Technik- und Computerfreunde. Vielen Dank. Bald habe ich auch meine Notizen. Vielen Dank. Es geht um ein Camp in der Schweiz. Vielleicht habt ihr auch schon die Plakate gesehen. Die sind unserem Marketing-Team zu verdanken. Wir veranstalten ein Camp in Schaffhausen. Das ist in der Nähe vom Rheinfall, aus der Nähe vom Bodensee, Ausflussende. Es geht um ein Zeltlager, organisiert von Hacker und Makerspaces aus der Deutschschweiz und der Umgebung vom Bodensee. Mit der Mithilfe von vielen Leuten aus ganz Norddeutschland. Es ist die Idee, dass es ablaufen wird wie ein CCC-Camp, offen für alle Technikinteressierten. Also Hacker, Maker, Erfinder, Bastler, Künstler. Stattfinden wird es in zwei Monaten. Ihr habt es schon gesehen. Es ist ja auf der Folie. 21. Juli bis 24. Juli, also schon in zwei Monaten. Meldet euch bald an. Wir sind auf einem Feld in der Nähe von Schaffhausen. Tut mir leid. Auf dem Feld in Schaffhausen, in der Nähe vom Rheinfall, auf der Rennbahn Griesbach. Ich versuche gerade noch eine etwas bessere Karte hervorzuholen. Geht das? Tasten funktionieren. Sehr gut. Wir sind jetzt Karlsruhe. Hier. Das Camp findet hier statt. Also gleich über der deutschen Grenze. Zweieinhalb Stunden von hier. Sehr gut. Wir haben fliessend Wasser, Strom, Internet. Es liegt eine Glasfaser irgendwo auf dem Feld. Es kommen 125 Ampere aus dem Boden. Für Essen ist gesorgt. Wir haben Platz für Zelte und Camper. Wir haben etwa einen halben Quadratkilometer, das eingerahmte Feld. Meldet euch per E-Mail, wenn ihr Ideen habt, wie wir das nutzen können. Wir werden nicht alles brauchen an der Fläche. Längst nicht. Die Adresse steht im Wiki. Die Informationen sind dann am Ende nochmals. Wir haben eine Launch. Wir haben ein Hackcenter. Wir haben Platz für Vorträge, für Workshops. Vielleicht ein Bällebad, wenn das organisiert wird. Vielleicht noch eine Launch. Der Ticketverkauf ist offen. Bitte meldet euch bald an. Wir werden das Camp organisieren können. Aber je früher wir wissen, wer alles kommt, was ihr mitbringt und wie viele Leute ihr seid, je mehr können wir planen und je mehr Geld haben wir zur Verfügung, um coole Dinge anzukarren. Die Kosten sind 128 Schweizer Franken. Das sind etwa 115 Euro zur Zeit. Es ist in der Schweiz, es ist etwas teurer. Falls das ein Problem ist für jemand von euch, meldet euch bei uns per E-Mail. Es gibt immer eine Lösung und wir freuen uns über alle, die teilnehmen können. Wir werden froh sein, wenn wir bestimmt eine Lösung finden. Wir brauchen eure Hilfe, damit es ein richtig cooles Camp wird und nicht nur eine Wiese mit Leuten und Zelten. Wir haben einen Call for Participation offen zur Zeit. Die Deadline ist in einem Monat. Wir sind froh, wenn wir möglichst viele Einsendungen haben bis dann. Was auch immer ihr tun wollt, sei es Workshops, Vorträge, Foodhacking oder andere Content, wo ihr etwas tun wollt. Oder vielleicht wollt ihr etwas mitbringen und hinstellen. Irgendwelche Installationen, Aufführungen, Deko, Musik. Schreibt uns eine Mail. Wir haben genug Platz. Fast die ganze Orga ist auf der GPN. Die Namen sind im Wiki, im GPN-Wiki bei den Lightning Talks aufgeführt. Nochmals, die Deadline ist in einem Monat. Bitte meldet euch bald. Wir sind per DECT erreichbar. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Dann werden wir uns hoffentlich dann sehen. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wenn du mit Zeteko bist, kannst du in deinem Auto fahren, fahren in den Niederlanden und fahren in den Niederlanden. Denn es ist eine große Hacker-trippe. So, das ist mein Tipp für alle hier. Ich bin hier, um ein bisschen zu sprechen, über JA 2017. Es ist ein Hacker-trippe, das wir jetzt organisieren, für ein paar Jahre in den Niederlanden. Und da gibt es ein paar Dinge, die ich möchte euch zeigen. Erstens, wo es ist. Es ist auf Planet Earth. Es ist über da. Und wir können in den Niederlanden und in den Niederlanden. Und das ist der Terrain. Das ist der Dock. Du kannst du bei der Boat, wenn du willst. Aber da gibt es ein paar Dinge, die ich möchte euch zeigen. First of all, we have got this massive Terrain, lots of tents and facilities and such. We think we accommodate for 3,500 to 5,500 Hackers. You're all welcome to come over. And I've got a short video of the Terrain. And then, to get you thinking already, I'm going to ask all of you to embrace JA1 back into your lives. But first a video. I hope the sound works. Nope. How does one sound? Using a cable. Are you ready? Wow. Does it work? Beautiful. So, we went to the Terrain a few weeks back and brought the drone. So, this will be the parking area. It's the most boring part of the site. And from there, you can hop over, walk to the Terrain. And it's pretty big. There's a lot of subwoofer going on here. Beautiful. So, it's pretty big. So, it's pretty big. There's a lot of battles for the island on the top, on the bottom left. We just signed a contract for somebody to, from the community that does lighting around the entire terrain. And you can control the color of the entire camp via an app. So, what could possibly go wrong? So, what could possibly go wrong? So, what could possibly go wrong? We just bought 75 inflatable crocodiles to put in the lakes. Yeah, and this is all camping ground. There will be an arcade next to the lake in the middle. So, here will track three will be here, next to the CTF competition. And then, we're going to shock and pan to the Orga fields on the right and tracks one and two on the left. The terrain also makes you move incredibly fast. So, here will be heaven, and a lot of facilities like POC and network deco. It will be a very large family village. This field and two fields you will see next. During recording, we have learned that if you have grown, you might not use your drone over water, especially if the software then crashes and the drone just stays put on the water. That's funny. So, as I said, you can come by boat. These are more the quieter fields. With a small beach. This is where the drone software crashed, but the video is nice still. See you next week. There is a cross there. The engine is waiting for you. and it is like the full Cemme fordi것el for you. There is a bridge where you can stay run on. This is the general bridge where you and the journey of Osaka, I work withDaniel0, You cannot see me once. Das ist Part 1. 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 ist Part 1. ist Part 1. ist Part 1. Das 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 ist Part 1. und das ist Part 1. Das ist Part 1. Das ist Part 1. Das ist Part 1. ist Part 1. Part 1. Das ist Part 1. 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 Part 1.